Ganz aktuell sieht man sowohl im Monschauer als auch im Simmerata-Raum viele einzelne solcher Umleitungsschilder. Das mag den ein oder anderen Autofahrer auf den ersten Blick wohl zu Recht etwas verwirren. Doch die Hinweisschilder haben einen triftigen Grund, welcher sich einige Kilometer weit entfernt befindet. Unmittelbar zwischen Einruhr und Erkensruhr soll ab heute die B266 gesperrt werden. Durch Einruhr kommt man somit zwar noch ohne Probleme, Erkensruhr und Hirschraut hingegen müssen über eine einspurige Abzweigung mit Ampel und ungewöhnlich langer Wartezeit erreicht werden. Gemünd und die dahinterliegenden Ortschaften sind aus dieser Richtung gar nicht mehr zu erreichen. Alle Verkehrsteilnehmer, die also in diese Richtung möchten, müssen vorerst über Imchenbruch, Rohren und Dreiborn fahren.